Ich fange am besten nochmal an, weil ich habe gerade angefangen aufzunehmen. Das letzte Mal wurden wir einfach reingeschmissen. Entweder waren wir ein Monster oder wir waren ein Krieger. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir seit dem letzten Update so verbessert haben und gemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht sehr viel Evolve gespielt damals. Und ja, bin dementsprechend bekannt. Gespannt. Wir möchten sicherstellen, dass du möglichst deine bevorzugte Rolle spielen kannst. Okay, das ist anscheinend das gleiche wie letztes Mal. Wieder deine bevorzugte Rolle. Wir werden stets versuchen, eine Gruppe zu finden, in der diese Rolle noch unbesetzt ist. Natürlich möchte ich das Monster sein. Und dann Assault. Und dann vielleicht Support. Und dann Trapper und dann Medic. Ich glaube, damit bin ich recht zufrieden. Okay, ich hoffe, dass wir das Monster sind. So. Oh ja, oh ja, oh ja. Goliath. Auf jeden Fall Goliath. Auf jeden Fall Goliath. Felswurf. Äh, ich mag den Schmettersprung. Feueratem. Mag ich auch. So. Yeah. Ich habe Evolve nicht so oft gespielt. Teilweise auch wegen den Ladezeiten. Die ich irgendwie ziemlich, äh, ziemlich übertrieben finde. Juhu. Okay. Lauf. Okay, ich würde mal sagen... Ah, ich kann da nicht draufklettern. Das ist doch scheiße. Warum kann ich da nicht draufklettern? Okay. 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 Okay, die Fähigkeiten, die spare ich mir noch. Ich bin das erste Mal das Monster. Ich kann ja nie das Monster. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's ab. Oh, ich bin fast tot, glaube ich. Ich bin tot. Nee, ich bin nicht tot. Okay, der untere Balken ist meins. Ich muss mich noch dran gewinnen. Okay, ich kann hier durch. Äh, ich kann... Ich kann nirgends hin. Ah, jetzt kann ich. Ich versuch mal ein bisschen länger am Leben zu bleiben. Stop. Und versuch auch... Ah. 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 Das geht's noch nicht. Finde so toll, waren die Viecher viel schneller zu knacken. Ich komme da auch nicht hoch. Okay, der ist alleine vielleicht gewinnen. Jetzt ist er doch nicht mehr allein. Ich glaube, ich verliere. Scheiße. Ja, das war's. Ah, ich bin kein gutes Monster. Ich bin kein gutes Monster. Oder es war ein richtig guter Jäger. Das kann auch sein. Aber give me a break. Das war mein erstes Mal. Naja. Diesmal gehe ich ein bisschen, äh... ein bisschen strategischer vor. Ich weiß noch nicht wie, aber ich, äh... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesmal viel strategischer vorgehen werde. Okay, ich werde folgendes tun. Ich werde schleichen. Und dann werde ich erst mal... nach Kreaturen suchen. Die Jäger kommen. Ich hoffe, die kommen nicht aus der Richtung. Oh, hier ist ne... Nein! Schon wieder. Komm, 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 komm. Komm her. Schnell, 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 schnell. Okay. Okay. Was ist das? Na komm. Verdammt. Na komm. Komm her. Oh, die sind schon da, oder? Kann das sein? Nee. Alles klar, danke dir. Psycho. Oh. Ich kenn die Map auch nicht so gut. Ich weiß nicht, wo ich hin kann, aber ich... Ich versuch momentan... ...so lang wie möglich unentdeckt zu bleiben und, äh... ...irgendwelche Viecher zu fressen. Na ja, runtergerutscht. Oh. Wurden die aufgeschreckt? Schleichangriff! Ah, verdammt. Oh, oh. Oh, verdammt. Da sind die dann. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin der letzte Part. Ich bin der letzte Part. Ah. Ah. Ausdauer aufgebraucht. Verdammt, die teilen sich auf. Verdammt, ich kann hier nicht durch. Ihr seht mich nicht. Ich muss nur warten. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Erstmal abbauen. Alter. 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 Oh, da kommen sie schon. Okay. Warum kann ich nicht ... Achso, jetzt. Ups. Ich muss noch einen Riesenviech finden. Entwickeln. Uah. Geil-O-Matiko. Okay. Äh, Feueratmen und Schmettersprung. Und Rammen. Ah, ist schon mal was. Okay, ja. Oh, da ist ein Riesenviech. Ich hab's genau gesehen. Da unten. Im Wasser. Ja. Ah, da kommen sie. Verdammt. Ja. Scheiße. Jetzt habe ich uns vorher getroffen. Ah, ich komm nicht mehr weg. Fuck. Technologie ist was Feines. Wie fühlt ihr euch, Leute? Ja. Na komm schon. Na komm. Na komm schon. Na komm. Na komm. Na komm schon. Ey, wie lang ... Wie lang können die mich noch einsperren? Ist doch unfair. Geht doch nicht. Nein. Na komm. Okay, einer ist tot. Das ist sehr gut. Wo sind die jetzt? Langsam, langsam komme ich in den Geschmack. Also die erste Runde, die war... Die sollten wir einfach vergessen. Die war gar nichts. Die sollten wir einfach... vergessen. Die Runde hier ist schon besser. Okay, da vorne sehe ich schon unser nächstes Opfer. Ähm, gut, die Zeit läuft ab, also... Aber ich glaube, die Zeit läuft für uns ab, also von dem her... Oh, da kommen sie. Erledige sie. Yeah. Wir können deine Leute nicht mehr auf dieser Seite fahren. Okay, da müssen wir sie übertragen. Ich habe die Leute nicht mehr aufgewertet und – Es ist ja klar, man, was tatsächlich auch aufgewertet. Und ohnehin. Ja, komm schon, komm schon. Okay, der ist tot. Na, komm. Okay, der nervt. Yeah! Na, komm schon. Na, komm schon, na, komm schon. Verdammt. So, mein Freund. So, mein Freund. Yeah! Dynamite, Dynamite! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Der ist schon wieder AFK. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe gesagt, dass ich strategisch vorgehen werde und das habe ich dann auch getan. Ich bin zufrieden. Das war wahrscheinlich immer noch, äh, schlecht im Vergleich zu anderen Veteranen da draußen, aber ich glaube, das war nicht schlecht. Fürs zweite Mal Monster sein war es nicht schlecht. Wenn ich jetzt wieder das Monster bin, dann spiele ich morgen Lotto. Ich bin nicht das Monster. Okay, ich bin, äh, Markov! Hm. Welche Gegenstände? Okay, Wechselgegenstände 50% schneller. Höhe, die Sprunghöhe um 20. Okay, das will ich eher haben. Alles klar. Ice Cube ist das Monster diesmal. Wir spielen immer mit denselben, äh, Personen. Stell ich grad fest. Hey, wake up! Wegen die Wolf? Ja! Bin immer... Neh. Moment. Okay. Gehör zur Assault-Klasse. Er macht den Schaden. Nutze das Blitzgewehr, um richtig auszuteilen. Die Blitze können auch auf nahestehende Gegner überspringen. Blitzminen eignen sich gut für Hinterhalte und den Nahkampf. Es dauert jedoch einige Sekunden, bis sie scharf sind. Das Sturmgewehr ist auf große Entfernung sehr effektiv. Mit dem persönlichen Schild kannst du als Assault länger im Kampf bleiben. Warte, bis dich das Monster angreift und aktiviere ihn dann, um kurzzeitig unverwundbar zu werden. Kurzzeitig unverwundbar? Nein. Okay. Ist der persönliche Schild meine einzige Fähigkeit? Ich sollte mir... Klar! Nichts ist besser als frisch gekochtes, um den Geschmack von Sintpaste-Rationen loszuwerden. Irgendwelche Wünsche? Achte diesmal einfach darauf, dass es wirklich tot ist, okay? Was? Mochtest du den gekillten Schluchterl etwa nicht? Wenn er sich nicht so viel bewegt hätte... Ja, das war irgendwie wieder nicht. Ich hab mich nach der medizinischen Bewertung gefragt. Ich hab mich nach der medizinischen Bewertung gefragt. Sind so badass. Äh, wie zieh ich den Fallschirm? Oh. Gar nicht. Die Vögel wissen, was läuft. Sehen wir uns das mal an. Monster hat Vögel angelockt. Aha. Noob. Okay. Ähm. Okay, das sind Blitzminen. Das hier... Was ist denn das? Das ist die Zweitwaffe wahrscheinlich. Okay. Verstehen. Aber wo sind meine Fähigkeiten? Naja. Ich glaub, ich werd das beim Spielen rausfinden. War das damals nicht anders? Egal. Es geht los. Ich sehe das Viech. Dahinten. Mobile Arena errichtet. Lauf, Pflanze. Ein besonderes Spiel. Wir sollten es uns schnappen. Weiß sie los. Ah, witz! Wir haben die selbe Fähigkeiten. Aufwärtsfalle, wir reißen. Gefällt dir das? Geht überleben. Geht überleben. Betragungsgewehrbereit. Ach, Scheiß! Das wird sich verwehen. Helfen! Helfen wir! Werfen wir uns! Hm. Hilfe! Warum bin ich der Einzige, der jetzt überlebt hat? Warum bin ich der Einzige, der jetzt überlebt hat? Das ist doch nicht möglich. Das kann ich doch so nicht schaffen. Das werde ich niemals schaffen. Okay, ich bin tot. Warum war ich der Einzige, der überlebt hat? Oh, Mann. Aber wenigstens bin ich als letzter übrig geblieben. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Ah, okay. Ah, geile Sache. Der kann ja alles. Ah, okay. Mist, den letzten Teil habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht sollten wir den Wiederbeleber an einem toten Monster ausprobieren. Es aufs Schiff bringen. Ein lebendes Exemplar studieren. Ich dachte, Parnell hätte dir verboten, den Handschuh an Monstern zu testen. Den Handschuh an Monster zu testen. Du weißt davon? Wenn du Angst hast, dass wir es weiter sagen, keine Sorge. Wenn du ein totes Monster aufs Schiff bringst und wiederbelebst, dann sag nie wieder irgendjemand irgendwas. Also gut. Die sehr begrenzte Vorstellungskraft. Warum nutzen die immer diese komischen Fake-Stimmen? Also Fake-Russen-Akzent-Stimmen. Ah, so kann man ran so. Okay, los geht's. Oh, ich hätte das vielleicht nicht machen sollen. Verdammt. Okay. Wo ist das scheiß Viech? Ich frage mich, was vier ist. Vier ist, glaube ich... Okay. Ähm. Sind die da hochgekommen? Egal. Okay. Die sind viel zu schnell für mich. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Komm ich da rein? Passt auf, es wird jetzt bestimmt abhauen, um zu fressen. Ja, nicht, du Bastard. Wo ist es? Wo ist es? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ja. Perfekt. War ich nicht der mit dem... Zeit für die schweren Geschütze. Wo ist das Ding? Ich hab da... Zeit für die schweren Geschütze. Also ich kann kein Schild aufpassen. Also... Oh, da ist das Ding. Ausgelöst. Ich hab kaum noch Schildsack. Na, die Vögel. Ja. Und die ist... Ah, verdammt. Ich kann das noch nicht aussehen. Support ist nicht so meins, glaube ich. Alter. Wolfti ist fast tot. Nee, ist noch ganz gut. Was solltet ihr ihm wohl hinterherlaufen? Weil er mich wohl am ehesten braucht. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt wirst du wahre Schmerzen spüren. Da sind Reißherren. Okay, wo ist das Viech? Wo ist es? Ist irgendwie unsportlich, oder? Wo ist es? Ah, da. Ah. Er ist weggerannt. Okay, ich werfe dir's Schild. Oh, verdammt. Mist. Ah, wir haben gewonnen. Das nenne ich mal, äh... Pro Gamer. Das, äh... Haben wir gut hinbekommen. Das lag nur an mir. Okay. Ich komm langsam auf den Geschmack. Ich komm langsam auf den Geschmack. Aber ich hab ja gesagt, dass es die letzte Runde ist. Äh. Aber schon geil. Ich werd das morgen weiter streamen. Ähm. Ja, schon cool. Auch, äh... Alles läuft stabil. Ich bin ziemlich überrascht. Also im Gegensatz zu H1Z1, was eine absolute Katastrophe ist im Moment, ist dieses Spiel ein wahrer Leckerbissen, würde ich mal sagen. Äh, also was die Technik angeht zumindest. Ähm, ja, aber ich werd hier erstmal aufhören. Äh, deswegen danke dir fürs Zusehen, Zweiko. Und, ähm, ähm, alle anderen, die, ähm, die zugeguckt haben. Und, ähm, genau. Bis morgen dann. Ciao. Und, ähm, jott. Und, ähm, jott. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020